Gesundheit oder jetzt gerade rund. Bist du präsent, ist der Moment, den du ins Jetzt erwacht durchlebst, dir ein Präsent. Die Wünsche sind erloschen, die Sehnsucht nach dem Immermehr und nach dem noch ganz anderen ist dir verstummt. Und du bist da und du bist Dank. Obwohl doch stets gestundet, ist Leben dir jetzt gerade rund. Gesundheit. Beim Schreiben des Textes, beim Erbrüten von ihm, erlebte ich am Ende das, was ich beschrieb. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch Lasse los, ich bin da, ich bin Dank. Gedichte, Texte, Wortbilder. Es ist 2022 bei Bot, Book on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot, Book on Demand, Thalia und ausführlicher noch bei Google Books. In Ich bin Dank umkreise ich mit Gedichten, Texten und Wortbildern in unterschiedlichsten Facetten, das zugleich von Dasein, Präsentsein und Achtsamkeit mit der Dankbarkeit. In meinen Seminaren zu diesem Thema haben sich manche Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Titel Ich bin Dank als Logo auf ihre T-Shirts gemalt und damit manches interessante Gespräch ausgelöst. Ich bin Dank.